Es ist schon fast 24, okay. Ja, du ja. Wenn es so ein Geburk ist, dann werde ich mich mal ein bisschen zurückhalten, damit du ein bisschen mehr AP kriegst. Ja, guck mal, das ist so gut. Wenn die auf die Wachen einprügeln, ist ja gut. Hier zum Beispiel. Kannste ja... In Zweifelsfall auch von der Distanz aus raufwerfen. Da müssen die DMs. Der Säger-Boot hat eingesetzt, kurz. Hast du noch was nicht? Ja. Wie? Toll! Ja, zu viel geplündert. Es gibt Pfeile und so ein Scheiß. Es gibt doch keine Pfeile. Okay, ich habe die 100 ausgedauert, das ist gut. Dann Wind. Okay. 8 Fuß. Danach 10 Fuß mit 25. Bin ich gespannt, ob wir das erleben. Ja. Okay. Und was sind das? Achso, das sind für dich Handschuhe. Hm. Was hast du für Handschuhe? Ich glaube, ich mache das. Ich verteile das erstmal zu Ende. Ja, mach mal. Nicht so wirklich was tolles dabei. Wieso bin ich denn schon voll? Keine Wurf-Exte? Hier steht aber immer noch nicht, dass sich das erhöht. Vom Sparten. Wie erhöht? Mehr gibt es nicht. Ja, aber hier. Mehr? Bedeutig zu Stufe 23. Ja. Kannst du es nicht mehr nehmen. Vorbei. Tatsächlich. Ja. Hast du letztes Mal schon probiert. Gibt nicht. Gibt nur 20 Punkte pro Tribut, so wie es aussieht. Oder pro Talent. Wollen wir sagen. Mehr geht nicht. Vorbei. Ich weiß nicht. Dann wohl nochmal den Frost Shrug, oder? Ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, ja. Kannst du auch mal irgendwie Gesundheits-Reck nehmen können, oder so. Ähm. Was sollte ich jetzt schauen? Äh, habe ich vergessen. Achso, was du für eine Hände hast. Hände. 94. Mit 5 Int Bonus. Ja. Ich hatte hier 137 Giftresistenz im Angebot. Hm. Stufe 21. Wierige Entscheidung. Ja. 5 Int hast du. 2 weniger als vorher. Du hast ja gerade 3 in Int reingepunkt. Haha. Da kann man es natürlich auch sehen. Ja, musst du nicht. Ich sage es nur, dass ich die dabei habe. Hm. Ich schmeiß mal dieses Schild hier weg. Da hab ich dann schon wieder so viel Gewicht dabei. Ich glaube erstmal nicht. Uh. 1 Kilo. Das ist das, was ich nicht aufheben konnte. Okay. Ja, lohnt auch nicht. Nö, gut. 1600 Gold für 14 Kilo. Das ist schön. Tschüss Ihnen. Und du bist 5,5 Kilo schwer. Das ist doch gut. 10 Kilo für 900 weg damit. Tschüss. Ja, das ist mal eine Spanne, oder? Das war ja nicht, aber. Ja. Ja. Ne, das wollen wir auch nicht. Alles klar. Hm. Interessant. Wer? Ne, ja. Dieser Tiger da. Ne, warum ich so viel dabei habe, wo ich nur 5 Sachen eingesammelt habe. Das ist total interessant. Nicht mehr Waffen? Mehr Waffen? Ne, hä? Ja. Gut, Wurf extra wiegen 35 Kilo, aber. Kann ja auch nicht alles sein. Ne. Wie viel wicken die bei dir hier, die du dabei hast? 15, ok. Ja. Aber 9000. Eben. So, dachte ich halt auch. Oh, gut. Da fiegt auch nochmal irgendwie 8. Das ist... Bucher. Ja. So. Aber ich kann auch wieder nur 28 Kilo noch tragen, oder so. Ah. Ich hab noch mehr Katzen gefunden, glaub ich. Oder? Und... Du hast davon auf jeden Fall eine. Von der Bullen. Ja? Eine. Ja. Du wolltest eine behalten, hast du gesagt. Dann hab ich zwei jetzt, ja. Hast du auch Mana dran? Oder drei? Nö, danke. Oh, dann nicht. Ja, gut. Dann... Geht's nicht mehr so weit weiter, oder? Ah. Immer diese Händlern zwischendurch. Ja. Ja. Oh. Hätten sich echt... bei den anderen was abgucken können, von wegen... Pfeile wiegen nichts. Oh, der hängt fest. Idiot. Ich dachte, du willst sie haben. Schade. Ich glaub, wir gehen nicht mehr nach. Mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Oh, Kommandant. Aua. Aber... Uh, das sieht böse aus. Ich würde mir springen den. Ich muss mal aufdrücken. Ich hab ihn gefunden. Ey, der... Der nervt explosiv. Ja. Ach, der ist gemacht. Ja. Und noch mal. Ja. Okay. So, jetzt gehen wir hier jetzt am besten nochmal kurz ins Inventar. Äh, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe auf jeden Fall das weggeworfen. Hat ein Schild weggeworfen, den da. Hat auch einen weggeworfen. Ja, ich glaube, der hat den noch gar nicht eingesammelt. Ja, genau, wollte ich auch verzeigen, habe ich wahrscheinlich noch gar nicht gekriegt. Naja, wir müssen jetzt noch mal wieder ein Stück weiter. So, okay, das möchtest du also speichern. Ja, dann bin ich noch mal ins Inventar müssen, falls wir wieder drauf gehen. Aha. Oh, du bist auch noch gar nicht aufgestiegen. Stimmt. Na gut, das geht ja gar nicht von alleine. Hä? Hä? Ich habe mich auch gerade gefragt. Wir waren oben? Oben lang, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder? Ne, wir waren hier rechts lang. Genau. Jetzt haben wir es. Ja, dann steig mal auf, wa? So, hier hatte ich einen drin. Hier hatte ich einen drin. Feuer, Feuer, Feuer. Ball, Ball. Und genau, hier. Ja. Damit ich mit 25 dann das Ding hier testen kann, den Eiskegel. Ja, okay. Bin gespannt. So, war hier jetzt der Kommando? Ich meine, hier war das, ja. Ja. Und scheiße, ey. gut. Okay. Da geht's. Ja. Ja, das ist der. Das ist der Prübel. Ja, das ist der. Ja. so einer weniger ja dann ist noch diese explosions aufwärter pass auf du bist fast tot das nur ist aus Versehen gestorben oder was bestimmt jetzt wieder die spawnen das explodiert ja mal kurz was wir so gekriegt haben du meinst du auch stiefel und da war doch irgendwas gelbes oh ich hab stiefel für dich du hast du was gelbes stiefel ja du willst du die giftresistenz handschuhe endlich wieder 104er handschuhe ja ich habe bei meinen schon stärke und geschicklichkeit drauf gepackt ne dann nicht was für stiefel hast du denn für mich 21 intelligenz geil her damit zufällig gefunden auf otto.de geile sache ist das krankheitsresistenz und geschicklichkeitsbonus ohrring ja gesundheitsregeneration geschicklichkeit geschicklichkeit ja das mit der gesundheitsregeneration war der ohrring klingt schwer glaube ich willst du haben ja die geschicklichkeit ist schon gut glaube ich geile stiefel ja die stiefel sind echt gut aber ich habe nichts gelbes oder war das gelb das war das ja genau okay aber das ist immer noch genau dasselbe schmutz so ich muss weg hier ja da waren sie ja ja und ich habe hier das da woherolin ohrringe in in ja bingo jetzt bist du noch 50 ja 153 irgendwann das sieht schon heftig aus okay ich brauche wieder ausdauer beim nächsten lüffel wieder ausdauer anders die stiefel ich ja wahrscheinlich hattest du die waren so war mit ausdauer stimmt das war der helm wo ich aus okay jetzt bin ich beruhigt ging meine ich nicht aber 21 und genug ja also so gut ich würde sagen wir gehen erstmal speichern nicht dass der kram wieder weg ist und wir haben das können wir tun ok muss ich gerade erst mal überlegen aber den kram haben wir da hingeboren ja richtig sonst hilft hier keiner mit schilden in sich war wir hier schon so tot aus ja ach so ja hier war ich war der kommandant deswegen dachte ich wir gehen jetzt von hinten nach vorne okay das war nur raum ja gut ist das andere wahrscheinlich auch so kann sein ich wollte gerade sagen unsichtbar aber war es gar nicht ein gut getarnter pinökel kam bestimmt noch hier raus und ich habe es nicht gesehen aber ein schild also im endeffekt trägt sowieso keiner von uns ich nur weil ich es nicht darf da waren schon so viele schöne schilder für mich ja so ist es wir schauen wo wir jetzt landen ja so 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 da Oh, Schatzkammer? Nee. Hoffentlich hast du den Frank eingestellt. Hab ich, glaube ich. Ah! Oh, das war knapp. So hast du noch gar nicht entzündet. Nee, ich hab da fast drauf gehauen. So. Ich hab einfach nur so gemütlich gemacht. Oh, Scheiße. Was ist das denn? Oh. Oh, Gott. Wo geht das denn überall hin, ey? Sage. Ist das in der Höhle? Oder ist das schon wieder ein Ende? Ist das ein Ende? Nur in der Höhle hat es keine Ahnung. Ich muss mal hier reingucken, was das so ist. Schön, Mann. Ich habe keinen Platz mehr. Ich auch nicht. Ich habe keinen Platz dafür. Ich bin schon wieder von Unmist, äh, schön Mist dabei. Ich hab wirklich nur noch 1,8 Kilo. Ja, 15 Kilo. Gut. Von 700 Gold. Lohnt sich. Ja. Stufe 3, ne? Ja, wir wollen jetzt jetzt mal hinladen. Ja, schmeiß das Ding weg, nimm das andere mit und dann... Ja. Vielleicht ist es mehr wert, hoffentlich. Glänzende Leinüberhosen. Stimmt. Ich habe keinen Platz dafür. Seid willkommen. Ja, Kau. Ja. Ja. Toll. Ein Fächer. Ne, ich hab die Tränke. Ha. Weg. Und du auch. Ah, ach so, ne, die wollte ich nicht haben. So nicht haben. Die willst du auch nicht haben. Die Resistenz willst du jetzt auch nicht haben, ne? Nö. Hier ist nichts, okay. Wieso bin ich denn bei 122? Stimmt auch, ich hab auch noch 152 dabei. Ich frag mich auch, wo das alles herkommt. Also ich war letztes Mal beim Händler, glaube ich, bei 100 Kilo. Mhm. Irgendwie... Irgendwas falsch. Da ist nichts dazu gekommen. Da auch nicht. Da auch nicht. Auf mir kann die Schnaufel nicht wiegen. Die wiegt gar nichts. Ja, deswegen. Uh, Intelligenzbonus. Oh. Ach so, das ist das, was du mir gegeben hast. Ne. In Irrlandsrecker habe ich gefunden, okay. Cool. Äh. Weißt du nicht, wo das Gewicht herkommt. Wie viele Rollen haben wir denn? Acht hab ich. Ich hab vier. Äh, das geht ja noch. Ja. Ich bin es auch nicht übermäßig. Ja gut, das sind schon 25 Kilo. Und das sind auch 25 Kilo. Nö. Nee. Nee. Wenn wir jetzt fünf wegnehmen, sind da schon zehn Kilo weniger. Na gut, der Kopf wiegt, glaube ich, mehr. Na egal. Schauen wir mal, was der Händler so hat. Hm. Ohrringe. Merkebund. Juhu. Oh. Auf Ring. 21. Ja. Ohrringe. Ach, auf Ring. Na ja. Nö. Oder auch im Viener. Ring mit Innenwärmer. Gut gewesen. Ja stimmt, die Ohrringe kann man verkaufen. Hm. Hm. Ja, trotzdem weiß keiner so genau, wo das Gewicht herkommt irgendwie. Ja. In der Fall. Die ganzen Tiere, ne? Steppert sich. 50. 58. 70 Kilo alleine durch die Tiere. Bei mir. Ja, bei mir 40. Mir sind 70. Aber du holst ja auch, wie viel? Was? 25 Kilo oder so wieder rein? Ja, dann sind es 55. Ne, 45. Entschuldigung. Ja. Dann fass das so. Sind 5 Kilo mehr als bei mir. Alter, fährst du auch mehr. Ja, ich hab äh. 10 Tiere. Ich hab 9. 9? Ja. 4, 4 und 1. Oh, okay. 4, 5 Kilo. 5 Kilo. Ja, ich hab's wohl keinem Heiltränke verkaufen. Geh ich auch auf 20 runter. So viele trinke ich inzwischen nicht mehr. Ja, aber mir geht das Gewicht gleich eher noch hoch. Ja, ein paar Wurfechse. Naja, steig ich gleich ein Level auf, dann werden meine Wurfechse wieder leichter. Hm, ein bisschen. Ja, und mehr. Ja. Das gleicht sich dann wieder aus. Wahrscheinlich werden sie in Summe dann wieder schwerer. Wahrscheinlich. Muss das Talent aber durchziehen. Da können ja vielleicht nochmal bessere Exe bei rauskommen. Das weiß ich ja nicht. Hm. Und ich glaub, die sind gerade aufgestiegen, ne? Bin mir grad nicht sicher. Die Wurfechse? Nee, das ist schon ein paar Währmeinigen. Naja. Ja.